Was geht? Willkommen auf meinem Channel! Lang, lang ist es her, dass ich mal wieder hier auf diesem Channel aktiv bin. Um es genau zu nehmen, glaube ich, sind es sogar über 200 Tage. Ja, ich glaube seit 200 Tagen war ich hier nicht mehr aktiv. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist hinter mir Freddy. Im Titel konntet ihr ja schon ahnen, und zwar das blaue und das grüne Pigment wird verboten. Vorab, bevor ich jetzt hier beginne, will ich nur eins sagen, und zwar es ist natürlich auch etwas Halbwissen dabei, weil nicht wirklich jeder so genau durchblickt und weiß, was los ist. Aber es gibt ein paar Fakten, die kann man klar und deutlich erkennen, und die wurden auch veröffentlicht. Und die kann ich euch nennen, und wie gesagt, was ich damit sagen will, ist mit diesem Halbwissen, ich bin halt kein Fachmann im Sinne von, dass ich genau alles zu 100% weiß, weil ich glaube, das wissen immer nur die Obersten. Folgendes, blau und grün, das Pigment, was sich dort drin befindet, in der blauen und der grünen Farbe betrifft, von der ganzen Farbpalette, wenn wir uns die mal jetzt angucken, die blende ich kurz mal hier ein, sind, ich schätze, 66% davon betroffen. Ich habe das mal so aus dem Internet so rausgesucht, deswegen meine ich das mit gefährlichem Halbwissen. Ich suche auch nur Sachen aus dem Internet raus und versuche, die euch zu vermitteln. Sind 66% der Farben betroffen. Bedeutet, alles, was so in diesem blauen, grünen Bereich ist, ist alles weg. Im Endeffekt Rot, Orange, Geld und ich glaube sogar noch ein bisschen Braun ist am Start. Das war's. Wenn wir jetzt nur nach den Pigmenten gehen. Jetzt ist was Neues noch hinzugekommen und zwar, und das wusste auch keiner, alle denken nur, es geht um Farbe und ganz viele Volltrottel-Tätowierer denken, ja, ich tätowiere ja eh nur mit Black and Grey, deswegen scheiße ich drauf, bin eh kein Farbkünstler, yo. Ähm, haben nicht gecheckt, dass es um die Konservierungsstoffe mittlerweile auch geht, die in diesen Farben enthalten sind. Jetzt fragen sich natürlich wie die Leute da draußen, die dieses Video hier sehen, sehen, was für Konservierungsstoffe, Sascha, das kann ja nicht sein. Sind die nicht schädlich? Jein, weil im Endeffekt ist alles heutzutage, was du zu dir nimmst, was du machst, schädlich, die Spaß machen. Im Sinne von der Wissenschaft. Bedeutet, was ich damit sagen will, ist, statistisch gesehen sind 54 Millionen Menschen in Europa, glaube ich 27 Länder circa, also es ist auch nur eine Statistik, die quasi entnommen wurde, sind davon unter 1000 Menschen an allergischen Reaktionen, die sie halt bekommen haben, durch zum Beispiel, ja, dass die Haut sich ein bisschen hervorgehoben hat oder zum Beispiel, dass sie einen gewissen Juckreiz haben nach endlichen Wochen, Monaten, Jahren. Das ist alles mit drin, ja, in dieser allergischen Reaktion. Bedeutet, was ich dir damit sagen will, ist, es gibt unter 1000 Fällen quasi, die keine, die eine allergische Reaktion hatten auf 54 Millionen Menschen, die jetzt, wie die Statistik zustande kommt, das kann ich dir nicht genau sagen, aber das ist genauso wie mit den Inzidenzwerten und irgendwelchen anderen Statistiken, wie und was und wo, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Das sind halt einfach Zahlen, die sind irgendwo da, keine Ahnung, wie man das macht. Wenn es auch immer heißt, ganz Brandenburg zum Beispiel hat irgendwas abgestimmt, hat ganz Brandenburg nie abgestimmt, weil du kannst nicht jeden Menschen erreichen, zählen oder weiß ich was. Deswegen sind das immer nur so eine Art Fakten, die man halt irgendwie so sich so zusammenreimt anscheinend. Dort oben. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist es eine verdammt große Zahl, 54 Millionen Menschen in Europa, wie, es ist nur Europa, ja, also nur die Mitte der Erde und davon sind unter 1000 Menschen, die eine allergische Reaktion hatten. Das ist verdammt wenig. Damit würde ich sagen, dass wenn du zu McDonalds gehst und das isst, hast du eventuell einen Herzinfarkt schneller als ein schlechtes Tattoo im Sinne von allergischen Reaktionen. Und jetzt kommen wir zu der anderen Spanne, nenne ich es jetzt mal, null Tote. Einem Tattoo ist noch nie einer verreckt, aber jetzt mal ganz ehrlich da draußen. Kennst du irgendeinen, der mal irgendwie mit einem Tattoo verreckt ist? Nein, ich kenne keinen, also ich kenne keinen, 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 den ich kenne, der den wieder kennt und dann immer so weiter und so fort und ihr wisst schon, was ich meine, Vorfahren, U-U-U-Opa, immer so weiter und so fort, Ötzi oder wie auch immer sie alle heißen. Damit will ich sagen, du kannst einem Tattoo nicht verrecken im Sinne, wenn du es bekommen hast. Frage, wieso, amana fucking, amana koyum mäßig gesehen, wird sowas verboten? Denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich aber sagen muss, die haben das Ganze halt verboten und haben gesagt, ne, Vorsicht Leute, ab 1., ne Quatsch, ab 4.1.2022, sprich Januar, das ist glaube ich in 3 bis 4 Monaten, wird das Ganze verboten sein. Das heißt, eine Reach-Verordnung bedeutet, wer mit diesen Pigmenten weiterhin tätowiert. Das sind also die Tätowierer, das bedeutet nicht, weil du da draußen das noch trägst in deinem Körper, nein, es geht um die Tätowierer, die das ausführen, machen sich strafbar. Bis zu 50.000 Euro oder 5 Jahre Haft, so habe ich es jetzt auch mal gehört. Finde ich ganz schön hart, weil in Deutschland ist es ja so, wenn du Kinderficker bist, kriegst du weniger. So, machen wir weiter und zwar, ja, das bedeutet, nicht du machst dich strafbar, weil mir ja auch ganz viele Leute zum Beispiel jetzt schon gerade schreiben, oh mein Gott, ich will aber bevor den Januar nochmal tätowiert werden. Im Endeffekt habe ich nur das Problem, ich muss eine Farbe suchen, die der Reach-Verordnung entspricht, bedeutet nicht, diese Konservierungsstoffe enthält und diese Pigmente. Das habe ich mittlerweile herausgefunden, welche Farbe das ist. Das heißt, es ist im Endeffekt alles gut. Aber irgendwie wird es da draußen bei den Medien so verkauft, als wäre das Ganze jetzt so, als wäre das das Verbotenste, was du jemals machen kannst. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind das die Nachrichten. Das ist immer so ein Ding. Das ist wie mit dieser ganzen Corona-Schichte, die wir alle in den Vergangenheiten hatten. Das wird alles so verkauft bzw. immer noch haben. Pandemie ist ja immer noch da. Leute drehen da völlig am Rad. Irgendwelche Leute reiben sich halt was zusammen. Und ja, da muss man halt aufpassen, wie man das Ganze halt da aufnimmt. Letztendlich, was ich damit sagen will, ist, bleibt ruhig, es wird weiter tätowiert. Das Tätowieren wird nie aussterben. Fakt ist eigentlich nur, sie drücken die ganze komplette Szene damit wieder in den Hintergrund und machen das Ganze eigentlich illegal. Weil ich kann euch zu 100% sagen, Tätowierer, die nicht mehr so tätowieren können wie vorher, sprich, dass Pigmente, dass das alles schön strahlend in der Haut bleibt, wenn es abgeheilt ist, da muss man erst mal überhaupt hinkommen, dass das jemand kann. Es können auch nicht viele da draußen, also die haben weniger Probleme. Aber die Leute, die richtig Kunst auf dem Körper hinterlassen, ja, wirklich in voller Pracht, wenn es abgeheilt ist, dass die Farbe boom, weg klatscht und alles umhaut und du sagst, fuck, ist das ein geiles Bild, die haben ein wahnsinniges Problem. Und ich glaube auch nicht, dass die auf diese Pigmente verzichten werden, beziehungsweise in dem Übergang. Denn, Fakt ist, auch wieder, die Farbhersteller, die sich noch nicht dazu geäußert haben, warum auch immer, das finde ich auch übelst kackendreist, würde ich gerade mal sagen, wie kann man den Künstlern da draußen, die quasi von euch, beziehungsweise ihr lebt von den Künstlern, wie kann man denen nicht mal so langsam Bescheid geben, was jetzt Sache ist. Die halten nämlich alle ihre Fresse, ja. Ja, es gab hier und da, habe ich auch wieder ein bisschen was rausziehen können, dass eventuell World Famous sich irgendwann am Ende des Jahres, am vierten Quartal, das haben wir, glaube ich, jetzt, sich melden will und mal irgendwie Statement abgeben will. Andere Filme sind wohl auch schon dahinter, andere wiederum sagen, Farbhersteller, nö, ach scheiß doch, wird doch eh nie in Kraft treten. Doch, das wird das. Und deswegen gibt es diese wunderschöne Petition. Ich glaube, ich bin gerade, habe den Faden ein bisschen verloren, aber das ist alles nicht so schlimm. Und denn ihr habt jetzt zum größten Teil genug Informationen. Ihr merkt doch gerade wieder, meine künstlerische Ader kommt wieder raus. Das meine ich jetzt hier mit den Bildern und zack, boom. Man merkt schon wieder, ja, ich bin gekränkt bei der Scheiße. Mich zieht sowas immer extrem in den Keller. Es ist einfach, mich kotzt es an, weißt du, weil wir haben jetzt diese ganze Corona-Scheiße hinter uns. Ich glaube, acht Monate hatten wir in Berlin. Es ist ja überall ein bisschen unterschiedlich im Westen, Osten, Süden. Aber wir auf jeden Fall, ja, in Berlin hatten das Problem. Also ich hatte jedenfalls mit den Jungs acht Monate geschlossen. Das war übelst brutal. Danach, ich bin froh, dass trotzdem alles so geblieben ist und Leute sich weiterhin tätowiert lassen haben. Weil kann ja nicht sein, dass jeder mehr das Geld hat oder der eine ist pleite gegangen, weil der andere auch selbstständig ist und irgendwie irgendwas verloren hat, seine Arbeitsstelle. Wie auch immer, immer so weiter und so fort. Leute, die daran gestorben sind, immer so weit ihr wisst. Ihr kennt das ganze Kapitel Corona. Und ich finde es zum Kotzen, dass jetzt noch so eine Pisse dazugekommen ist, die das Ganze natürlich jetzt nochmal einschränkt, weil im Endeffekt ist es jetzt wie, als hätten wir wieder Corona. Weil wenn es nicht wirklich viele Farben gibt, die der Reach-Verordnung zustimmen, dann kann ich auch nicht tätowieren. Wie gesagt, ich habe jetzt zwar ein bisschen was gefunden, aber letztendlich, ne, muss da jetzt langsam was passieren. Und ihr da draußen könnt nämlich abstimmen. Nein, abstimmen ist das falsche Wort. Die Petition unterschreiben. Ihr könnt unterschreiben. Und zwar, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Und zwar bei der Petition jetzt viele nicht abschrecken wir, oder weiß ich was abschreckend wirken, meine ich jetzt. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil die Toilette gerade blubbert. Wir haben hier irgendwie eine Verstopfung. Also nicht wirklich eine Verstopfung, das kommt irgendwie von der Straße. Und das macht mal blub, blub, blub. Und heute war so ein Rohrreiniger da. Ach man, trifft sich schon auf ein Thema ab. So, ich habe verpiss dich. Ja, an der ihr teilnehmen könnt, eine wunderschöne Petition. Und zwar Save the Pigments. Das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und da klickst du bitte rauf und machst du mit. Du musst dich erstmal da anmelden. Ja, alles ausfüllen. Das ist ein Formular. Es ist halt ein Echtheitsformular, was du da unterschreibst. Das ist eine richtige Petition. Das heißt, du stehst auch dahinter. Ja, und mach da bitte mit. Nimm dir diese 15 Minuten. Jetzt sagen sich die Leute, oh was? Ich muss nicht nur einmal klicken und dann funktioniert es. Ist da alles scheiße? Nein. Geh da rauf und tu das einfach. Tu mir den Gefahren. Tu beziehungsweise uns allen den Gefahren. Denn es betrifft nicht nur den Tätowierer, sondern auch die Tätowierten. Das heißt, du willst ein geiles Bild haben und dann sorge dafür, dass du da mitmachst. Jetzt kommt aber wieder der andere um die Ecke und sagt, das bringt doch alles sowieso nichts mehr. Was willst du denn anrichten? Das hat doch mit dem Tattoo-Farben retten auch nicht funktioniert in Deutschland mit den 250.000, die abgestimmt haben. Nein, ich sag mal abgestimmt. Die unterschrieben haben. Doch, das hat was gebracht. Das liegt immer noch da. Das liegt im Bundestag, liegt dieses Protokoll Tattoo-Farben retten, liegt da. Und das hat was gebracht. Und jetzt geht es um ganz Europa. Da sind mittlerweile, ich glaube, 110.000, die unterschrieben haben bei der Petition. Und das wird auf jeden Fall was bringen. Und umso mehr einfach da mitmachen, umso mehr haben wir auch die Chance, dass wir natürlich irgendwie ein Zeitfenster bekommen, was weiter nach hinten geschoben wird, damit man halt mehr in die Wissenschaft stecken kann im Sinne der Tattoo-Farben. Weil Fakt ist, dass man Pigmente hinbekommt, dass das so alles funktioniert. Da stehe ich fest hinter, dass das funktioniert. Ich meine, im Endeffekt, eigentlich, wenn wir so wollen, glaube ich, kann man sogar Krebs heilen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bloß es gibt halt welche, die wollen es wahrscheinlich nicht. Also ist jetzt auch wieder so hervorgeholt, aber ich denke, es ist halt so. Weil letztendlich geht es immer um Macht und so einen Scheiß und Geld. Jedenfalls gibt es auf jeden Fall irgendwann die Möglichkeit, dass wir ganz normale Farben haben wie vorher. Bloß, dass dieses Konservierungsstoff-Thema da entnommen ist und was Neues eingesetzt wurde, bis wahrscheinlich wieder irgendjemand rumheult und das Ganze dicht macht oder irgendwas wieder verändert haben will. Oder wie auch immer. Ihr wisst doch, wie das ist. Es dreht sich doch immer alles im Kreis. Der eine will den anderen ärgern und dann wieder so. Ich hoffe, dass das hier auch ein bisschen rumgeht, das Video, weil es ist extrem wichtig. Weil ich habe extrem viel jetzt auch schon wieder gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob wirklich alle wieder bis zum Schluss zugehört haben. Aber ich kann nur sagen, du bist deine Antenne und danke für jeden, der bei der Petition mitmacht. Euer Sascha. Ciao.